Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Socken Zocken. So, jetzt sitzt die Alina auch neben uns. Wir haben es allerdings gespielt, nur mit Elias, der Papa und Elias, weil das Spiel ist nämlich ab 5 Jahre aus der Reihe Active Kids. Das ist für die Alina etwas zu schwer, würde ich mal sagen, weil, was muss man da machen, Elias? Rennen. Rennen. Und zwar jeder hat Socken mit verschiedenen Mustern, oder? Ja, und da muss man die Socken in die Waschmaschine reinwerfen. In den Wäschekorb. Und nicht verschiedene Muster, sondern immer das gleiche Muster. Elias hat die Sterne gehabt. Immer was oben ist, das muss man reinwerfen. Genau, dann zeigt es mal, was muss man hier machen, Elias. Hier habe ich jetzt einen blauen Wäschekorb. Nee, einen grünen. Und wo muss ich dann anschließend hingehen, Babacott? Zum blauen. Genau, weil das ist die letzte Socke, die hier abgebildet ist, deswegen muss man da hinrennen. In ein paar Sequenzen zeigen wir euch einfach mal, wie schnell, wie lustig das Ganze hier abläuft. Und wenn man anfängt, muss man den Fuß drauf und danach sagt man los und danach macht man es einfach. Sehr gut. Und das war die letzte Regel. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Auf die Plätze. Fertig. Los. Held muss ich schon reinwerfen. Ich muss zu grün laufen. Jetzt zu grün. Jetzt muss ich zu blau laufen. Jetzt muss ich zu rot und jetzt muss ich zu gelb. Fertig. Ach Mann. Gleich nochmal. Jetzt machen wir das gleich nochmal, weil deine Hand war nicht auf der Schachtel drauf. Los. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ach, hier ist schon daneben. Wo ist die blaue? Jetzt muss ich zum roten, jetzt muss ich zum gelben. Hey. Ja. Ja.